Sie hat mich wissen lassen, dass er aus persönlichen Gründen die Sitzung um 11 Uhr verlassen muss. Ich bedauere gleichwohl, dass er solche Angriffe gegen mich starrt und mir nicht die Gelegenheit bietet, darauf in seiner Anwesenheit zu antworten. Er hat daran erinnert, dass seine Fraktion oder Partei 1998 gesagt habe, Euro so nicht, wird es so sein, wenn er das gesagt hat. Ich kann mich erinnern, dass seine Vorgänger 1990 auch gesagt haben, Deutsche Wiedervereinigung, Deutsche Währungsunion, so nicht. Da gibt es eine gewisse Kontinuität. Ich will daran erinnern. Das bringt mich, wenn ich vielleicht einen Moment bei all den Emotionen, die ich verstehe, zu der Abteilung Kühlerkopf kommen kann, Frau Kollegin Göring-Eckardt. Ich glaube, die allermeisten in diesem Hause, in allen Fraktionen, vermutlich jedenfalls in der Regierung, ganz sicher alle, jeder Einzelne, jedes einzelne Mitglied der Koalitionsfraktionen, sind in der Frage, dass man Griechenland helfen muss, dass man Europa zusammenhalten muss, dass es um Mitmenschlichkeit und alles geht doch völlig einer Meinung. Da rückt es nicht den geringsten Unterschied. Und was das heiße Herz für europäische Einigung und das Wissen darum, dass dieses Deutschland, das sich selber so geschunden hat im letzten Jahrhundert, überhaupt noch eine Chance nach dem Zweiten Weltkrieg wieder bekommen hat auf dem Weg europäischer Einigung. Ich habe übrigens dieser Partei schon angehört, als das alles hoch umstritten war, die Westintegration, die Politik der europäischen Einheit. Das habe ich in meinem ganzen politischen Leben, war das immer das Credo, dass nur dieses der Weg ist, um Deutschland eine zweite Chance zu verschaffen. Da geht es, das ist Abteilung heißes Herz. Das ist aber doch heute inzwischen, Gott sei Dank, weitgehend unbestritten. Aber, meine verehrten Damen und Herren, es geht dann doch auch um die Abteilung Kühlerkopf. Und die heißt, wie kann es denn gehen, dass es auch geht? Wir beraten heute über einen Antrag des Bundesministeriums der Finanzen, ein Mandat zu erteilen, für Verhandlungen über ein drittes Hilfsprogramm der Griechenland. Das ist die Beschlussfraktion, diese Grundlage. Und ich bitte alle, diesem Mandat zuzustimmen, weil wir ja in mühsamen Verhandlungen, die Bundeskanzlerin hat es ja sehr eindrucksvoll beschrieben und geschildert, in einem schweren Ringen über viele Verhandlungen in der Euro-Gruppe mit vielen Enttäuschungen und Rückschlägen, die übrigens alle immer dadurch verursacht waren, ausschließlich, dass Griechenland jeweils das nicht eingehalten hat, was abgemacht war. Es gab doch keinerlei Zusagen, die von irgendjemandem nicht eingehalten worden sind, außer von Griechenland. Doch, das ist die Wahrheit. Einfach nur die Wahrheit. So ist es gewesen. Dann geht es trotzdem um Mitmenschlichkeit und um Hilfe und um Europa zusammenzuhalten. Das alles ist unstreitig. Aber es muss ein Weg gefunden werden, der geht, der funktioniert. Und der ist sehr kompliziert. Und deswegen hat man sich über dieses lange Wochenende auf diese Lösung am Montagmorgen erreicht. Ich will die Frage, wer da welchen Beitrag geleistet hat, jetzt lassen, weil uns das auch nicht so furchtbar weiterhilft. Und alles, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, ist zutreffend. Aber die Bundeskanzlerin hat auch gesagt, und das ist eben auch die Wahrheit, das geht ja auch aus dem Beschluss des Gipfels hervor, der erste Satz dieser Erklärung heißt ja wohl, dass es zunächst einmal darauf ankommt, dass Griechenland, die griechischen Autoritäten, Vertrauen, was verloren ist, zurückgewinnen müssen. Dass das die wesentliche Voraussetzung für alles ist. Das ist ein schwieriger Prozess. Das ist nicht die Verantwortung einer Regierung. Das ist ein langer Prozess. Übrigens, Herr Gapel, auch nicht eine Verantwortung einer politischen Familie. Übrigens, wenn Sie eine politische Familie haben, gucken Sie doch mal nach Rumänien. Also, jeder Kehr vor seiner Tür und sauber ist das Stadtquartier. Da muss ich doch ein bisschen schon mal sagen, bei aller Freundschaft sollten wir uns dann gegenseitig die Maßstäbe an uns selber doch richtig halten. Ich spreche ja gerade als Vertreter der CDU-CSU-Fraktion. Mit dieser Bemerkung hat die Bundeskanzlerin zu Recht davon gesprochen, und so ist die Gipfelerklärung, es ist ein letzter Versuch, um diese außergewöhnlich schwierige Aufgabe zu erfüllen. Und das Problem liegt darin, und die Debatte haben wir schon 1990 geführt, und deswegen ist der Vergleich mit 1990 nicht ohne jede Aussagekraft, dass wir Griechenland, es geht auch gar nicht in erster Linie um ein Hilfsprogramm für Griechenland, sondern es geht darum, dass wir Griechenland unter den Bedingungen der Mitgliedschaft in der gemeinsamen Währungsunion ermöglichen wollen, helfen wollen, helfen müssen, dass sie überhaupt wieder Zugang zu den Finanzmärkten bekommen. Wenn wir das machen, ist dann sofort die Kritik von der Linken, das ging ja alles nur an die Banken, aber wenn die Banken geschlossen sind, funktioniert das auch nicht. Deswegen, Mitgliedschaft in einer Währungsunion erfordert zwingend ein leistungsfähiges Finanzsystem, und das ist die große ökonomische Herausforderung, die leider nicht nur mit dem heißen Herzen, sondern auch mit dem kühlen Kopf eine Lösung gefunden wird, die tragfähig ist. Sonst wird unser europäisches Engagement, das wir ja alle teilen, am Ende nicht zielführend sein, weil die Lösung, die wir zustande bringen, nicht Bestand hat und weil wir wieder und wieder Vertrauen enttäuschen. Deswegen, es geht in der Tat nicht um Griechenland, nur es geht um Europa. Aber es geht eben um Europa darum, dass wir mit dieser Währungsunion Strukturen schaffen, die auf Dauer vertrauenswürdig, effizient sind, die ermöglichen, dass wir in allen Teilen der gemeinsamen Währungsunion dauerhaftes Wachstum als Voraussetzung für mehr soziale Gerechtigkeit haben. Die zwei Programme für Griechenland sind übrigens nicht gescheitert. Und der IBF hat noch in seiner Analyse im Herbst vergangenen Jahres gesagt, gegen viel Skepsis ist Griechenland auf einem guten Weg gewesen. Und mit all den Schwierigkeiten, die damit für die griechische Bevölkerung wunderbar befunden, zwar Ende vergangenen Jahres war gewesen, Griechenland hatte Wachstum, die höchste Wachstumsrate unter allen Ländern der Eurozone, hatte einen Handelsbilanzüberschuss, hatte einen Primärüberschuss, hatte den Anfang einer rückläufigen Arbeitslosigkeit. Alles IBF-Analysen. Und war im Übrigen auf einem Weg, dass nach Auslaufen, auf erfolgreichem Abschluss dieses Programms nur noch ein vorsorgliches Programm, so wie wir es auch bei Irland und Portugal nach Auslaufen der Hilfsprogramme benötigt hätten. Das ist innerhalb sechs Monaten verloren gegangen. Und deswegen sind wir jetzt in einer sehr viel schwierigeren Aufgabe. Wir, die Eurozone, alle Länder der Eurozone. Und dafür müssen wir eine Lösung finden, wenn Sie einen Auftrag erteilen, wofür ich werbe, dass wir die Verhandlungen führen. Ich werbe nur dafür, dass wir heute nicht meinen, jetzt ist das Thema gelötigt, jetzt haben wir noch mal einen da zum Bösewicht erklärt oder irgendwas sonst und jetzt wird es schon laufen. Nein, nach Abschluss der Verhandlungen werden wir darüber diskutieren, ob die Verhandlungen einen Weg zeigen, der funktionieren kann. Und die Bundeskanzlerin hat davon gesprochen, das sind harte Auflagen. Aber nicht, weil wir Griechenland irgendwas Böses tun wollen. Also, wir würden uns alle überbieten in Hilfsprogrammen für Griechenland. Aber wenn es um die Frage geht, wie erreichen wir das Griechenland unter der Bedingung der Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion, und das ist der Wunsch Griechenlands, den respektieren wir, wettbewerbsfähig werden kann, das ist die Notwendigkeit, dass es geht, dann geht es nicht, ohne dass Griechenland sehr grundlegende Reformen, und zwar jetzt, auf den Weg bringt. Auch dazu hat Herr Gabriel eindrucksvoll gesprochen, dann muss es aber auch gemacht werden. Das war schon die Position vor fünf Jahren, 2010 und immer wieder. Bis jetzt hat man es ein Stück weit gemacht. In den letzten sechs Monaten ist alles, was auf den Weg gebracht worden ist, zurückgenommen worden. Und natürlich ist wahr, dass man in einer Währungsunion auf die Dauer Zugang zu den Finanzmärkten haben muss, sonst ist eine Währungsunion nicht zusammenzuhalten. Das nennt man Finanzstabilität oder Schuldentragfähigkeit. Die ist Voraussetzung. Und dann gibt es europäische Regeln. Der Europäische Gipfel hat einstimmig erklärt, in seiner Erklärung, dass ein Schuldenschnitt nach dem europäischen Recht ausgeschlossen ist. Also ohne Schuldenschnitt die Voraussetzung zu schaffen, da muss Griechenland ein noch schwierigeres sein, als die beiden ersten Programme gewesen sind. Wenn Griechenland jetzt die Kraft aufprägt und die Entschlossenheit, es gibt einen breiten Konsensus über die Parteien hinweg im griechischen Parlament, das ist eines der starken Argumente, lasst uns einen weiteren Versuch wagen gegen alle Erfahrungen. Aber der muss jetzt geleistet werden. Und der Versuch ist nicht jetzt erfolgreich abgeschlossen am Montagmorgen, sondern der beginnt jetzt. Und, liebe Kollegen, das ist die entscheidende Frage. Wenn wir das nicht erreichen... Weil wir wollen es doch erreichen. Ja, klar, wir setzen alles daran, dass wir es erreichen. Nur, weil hier gesagt worden ist, das wird... Es sei, Frau Göring-Eckardt hat gerade gesagt, was wir Griechenland alles zumuten und was alles in Griechenland gemacht werden muss, ein sozial gerechtes System und alles. Wir nehmen Griechenland stet nicht unter Protektorat, die müssen ein Stück weit selber machen. Aber in erster Linie müssen Sie, Herr Kollege Schneider, es hilft nichts. Es hilft alles nichts. Die Realität ist so, dass wir einen Weg finden müssen, dass Griechenland über einen Zeitraum, den sie definieren können, Zugang zu den Finanzmärkten finden muss. Und dazu muss jedes Mitgliedsland der gemeinsamen europäischen Währungsunion, das war bei Irland so, bei Portugal, bei Zypern, seine Finanz-, Wirtschaftspolitik und seine Institutionen so anpassen, dass man die Voraussetzungen erfüllt. Ich habe in der letzten Debatte, die wir geführt haben, daran erinnert, dass dieser Weg in unter völlig anderen Umständen 1990 bei der Einführung der Währungsunion, wir haben gerade am 1. Juli darüber debattiert, auch außergewöhnlich schwierig war. Er ist damals überhaupt nur möglich geworden. Der war übrigens, deswegen ist der Vergleich mit der Treuhandanstalt auch wieder falsch. Die Herausforderung 1990 war in einem Schritt, die Menschen, die bis dahin unter einem linkstotalitären System gelebt haben, mit der entsprechenden wirtschaftlichen Ineffizienz, die nun annähernd an das Lebens- und Sozialniveau der sozialen Marktwirtschaft nach 40 Jahren anzunehmen. Das hat nicht, Entschuldigung, Frau Kollegin Göring-Eckardt, wenn Sie ein bisschen die wirklichen Zusammenhänge anschauen, dann ist der Punkt, dass die Treuhandanstalt am Ende gegen alle Erwartungen nicht große Gewinne bei der Privatisierung erbracht hat, sondern das Gegenteil. Nicht in dem Ansatz, dass eine leistungsfähige Wirtschaft nur dann entsteht, eine wettbewerbsfähige, wenn man den zu breiten öffentlichen Sektor privatisiert, um stärkere Wettbewerbsdynamik in die Wirtschaft zu bringen, sondern der Grund, warum das entstanden ist, dass der Versuch, und das war notwendig, sonst wäre die deutsche Einheit nicht gelungen. Und deswegen ist es teuer geworden. Möglichst schnell, wenigstens annähernd, noch immer sind wir nicht, Arnold Faas, bei 100 Prozent. Lange nicht, das ist wahr. Das macht ja sogar jetzt die Bund-Länder-Finanzverhandlungen ab 2020 so kompliziert. Aber wir haben es schnell angenähernd, und daraus ist natürlich der hohe finanzielle Aufwand entstanden. Deswegen ist der Vergleich mit der Treuhandanstalt insoweit überhaupt nicht begründet. Nein, der Punkt, um den es geht, ist, wir müssten für den Finanzbedarf da einen Schuldenschnitt, auch nach der Erklärung des europäischen Gipfels mit europäischem Recht nicht vereinbar ist, einen Weg finden, der realistisch erscheint. Deswegen habe ich in der Tat in die Verhandlungen der Finanzminister den Vorschlag eingebracht, lasst uns doch versuchen, das ist nicht Privatisierung, sondern lasst uns doch versuchen, durch eine Neuorganisation der griechischen Wirtschaft über die Zeitachse hinweg ein finanzielles Volumen zu bringen, die den Finanzbedarf in eine realisierbare Größenordnung zurückbringt. Das kann man diffamieren. Und dann eignet es sich ein bisschen für die polemischen Auseinandersetzungen des Tages. Ich bin so abgehärtet in einem langen, frischen Leben, dass mich das nicht aus der Bahn wirft. Was mich wirklich quält und warum ich ringe, ist in meiner Verantwortung als Bundesfinanzminister, als Teil einer gemeinsamen Regierung. Glauben Sie mir, da muss mich niemand belehren, meiner Verantwortung gerecht zu werden, zu einer Lösung mitzuwirken, von der ich Ihnen allen und den deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sagen kann, ich bin davon überzeugt, dass diese Lösung funktionieren kann. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Daran werden wir mit aller Kraft in den nächsten Wochen zu arbeiten haben, auf allen Ebenen. Aber mit dieser Art von völlig an der, von der sachlos gelösten, verzerrten Polemik erreichen Sie überhaupt nichts, sondern Sie führen genau das herbei. Ja, sicher, weil Sie doch so tun, als wäre, es ist auch mit den einfachen Lösungen, wissen Sie, die Bekämpfung von Steuerhinterziehung zur Lösung von Haushaltsdefiziten. Die Debatte kenne ich aus jedem Wahlkampf. Da ziehen alle linken politischen Kräfte immer hervor. Ich habe mehr für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung effektiv als Finanzminister getan, und Initiativen der Gabriel hat liebenswürdige Weise gesagt, als jeder meiner Vorgänger. Das ist nun eine ganz sichere Sache. Aber ich bin eben einer, der ein bisschen auf die alte Anforderung Respizifinem im Blick hat. Das macht mich manchmal im Umgang schwerer, dass ich sage, in drei Wochen oder in drei Monaten fragt er mich, hat das auch funktioniert. Und nicht sage, was geht mich mein Geschwätz von gestern an. Ich kann Ihnen auch bloße Reden halten, wie alles leicht geht. Nein, ich sage Ihnen, und Sie werden das sehen, der Weg unter den Bedingungen der Mitgliedschaft in der Währungsunion, die Probleme zu lösen, wird einer sein. Denn viele in Deutschland und Europa weiterhin als eine zu große Belastung für die Menschen handeln. Im Übrigen ist die Bemerkung dann auch erlaubt. Die muss sein. Griechenland hat auch heute im Verhältnis zu seinem Bruttoinlandsprodukt die höchsten Verwaltungsaufwendungen aller europäischen Länder. Diese Regierung hat in den letzten Monaten erste Schritte, das zu reduzieren, wieder zurückgenommen, gegen alle Zusagen, die sie gegeben hat. Griechenland hat ein Rentenniveau in Teilen des weit über vergleichbaren Systemen liegt. Machen Sie es doch nicht so einfach, dass Sie auf die kleineren anderen Länder in Europa mit einer billigen Polemik herfallen. Das führt doch nicht weiter. Die müssen alle in ihren Ländern. Ein Staatspräsident eines kleineren Landes hat auch wohl gesagt, oder ein Ministerpräsident, wir haben in einer Größenordnung von 3,5 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts Haftung für Griechenland übernommen. Unser Rentenniveau ist ein Bruchteil dessen in Griechenland. Wie soll ich meiner Bevölkerung erklären, dass wir weitere Haftungen übernehmen müssen, wo gleichzeitig in Griechenland und in Deutschland viele auch sagen, eine weitere Absenkung der Renten ist nicht möglich. Das geht irgendwo, wenn Sie Europa ernst meinen, nicht zusammen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich bitte Sie heute alle, dem Antrag zuzustimmen. Ich habe mir, die Bundesregierung hat sich den Antrag nicht leicht gemacht. Wir glauben daran, dass die Chance besteht, dass wir diese Verhandlungen zum erfolgreichen Abschluss bringen können. Aber alles, was mit einer verzerrenden Polemik die Dinge einfacher darstellt, als sie sind, wird in vier Wochen, na, Sie können nur darauf hoffen, dass es schon wieder vergessen ist, was Sie hier gesagt haben. Und deswegen ernsthaft der Debatte erfordert, dass wir uns der Schwierigkeiten, der Lage bewusst sind. Wenn Griechenland hat sich so entschieden, wie es sich entschieden hat, die Bundeskanzlerin hat gesagt, das erfordert harte Anstrengungen, und zwar kurzfristig, schnell. Und wenn das gelingt, dann werden wir alle Kraft darauf verwenden, dass dieser letzte Versuch zum Erfolg geführt wird. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu meinem Antrag. Vielen Dank.